Ja, warte. Gib mir 10 Sekunden. Kannst du sogar runterzählen, wenn du möchtest. Ich brauch 10 Sekunden, bis ich da bin. Schreck mich. Hurry, Bro. Hurry. Was ist mit Harry? Haariges Brot, Alter. Ja, bist du. Ehrlich. Kannst du noch nicht bringen. Haariges Brot. Ja, er ist da. Wir müssen dann nicht mehr warten, bis er spawnt. Hey, Boss. Ich hab auch die Quest jetzt erledigt, gleichzeitig. Ich glaub, weil ich einfach die Quest auch mit hatte. Wahrscheinlich. Aber ich werd die andere Quest jetzt noch schnell machen. Da ist Ziel, da oben rechts, da? Ja, das hab ich auch, äh, ein, ähm, ist auf Deutsch. Boah, ist zu spät für mich. Ein auffälliges, äh, Treffen. Müsste es heißen, oder so, auf Deutsch. Woher kommt eigentlich, dass du eigentlich nur auf Englisch zockst? Weil mir die deutsche Lokalisation meistens nicht gefällt. Vor allem auch, wenn die anfangen, Namen einzudeutschen, und, äh, das kann ich einfach nicht ab. Ja, ich muss auch sagen, die Synchronisation ist... Übersetzung, fertig. Äh, weil die Synchronisation ist was total anderes. Ich wollt grad sagen. Nein, die Übersetzung ist... ...nicht ganz geglückt. Also die haben halt echt die englische Grammatik und die deutsche zusammengelegt. Ja. Da saß definitiv kein Deutscher dran. Ne. Da wollte Runewalker wohl ein bisschen Kohle sparten. Ich mein, ist jetzt nicht so schlimm, aber ist halt... ...da kommt halt nicht so super rüber, ne? Ja, jetzt müssen wir da vorne in die Höhle. Jo. Boah, wie der sich teleporten kann, der Typ. Hallo, Leute. Wir polen alles zusammen, komm her. Jo. Greif mal bitte grad mal nix an. Nein. Ich will nicht. Ich will mich hier hin. Aber draufhauen darf ich, ne? Ja, ja, sobald ich anfange zu AOE'n, darf's. Oh. Hoppala. Nach dem Fight einmal eben Mana regen und dann kannst du weiter. Ja, Mana regen ist aber auch ultra schnell, ne? Ja, außerhalb des Kampfs. Ja, ja. Gibt's hier Mana-Pots eigentlich? Hab ich bisher nicht gesehen. So, ja, Mana... ...dann geh' ich mal pullen. Hey, dich wollt' ich auch. Genauso wie dich. Und euch beide. Wow, da fliegen. Ja, das ging sch... Ja, wie gesagt, jetzt mit meiner Combo bin ich auch nicht mehr so schlecht vom Demo. Und halt nur Know-How, ne? Alter, Schwede. Ja, das Gefühl, das Spiel ist überhaupt nicht auf Auto-Hits basierend. Ja, das ist auch gut so. Echt nur, ne? Entweder machst du Speils oder machst du halt kein Damage. Ja, gut. Überleg dir mal, wer hat das gleiche Prinzip? Ja, stimmt. Ja, und ich brauch' die Auto-Hits auch für meine, äh, für meine Combo's. Vor allem für die Mana-Zurück-Krieg-Combo's. Naja, aber ich dachte jetzt zum Beispiel über Windläufer. Also eigentlich ja... Dachte ich halt, ich bin so ein Feiner-Bogen-Typ. Der ist ja nicht mehr auch Auto-Hits-mäßig, aber... ...auch... ...der hier muss... Ach, neulich. Nur die, die, die Agro-Range ist manchmal komisch. Ich fang im Feuer drin. Ja, manchmal lauft so ein Viech vorbei und dann ist nix. Ja. Manchmal stehst du rum und 10 Kilometer weiter entfernt, riecht er dich und... Komm schon, Adler. Ja, den haben sie auch eingedeutscht. Der heißt Adler. Ja. Weil, naja. Genau sowas mein' ich. Wie heißt, äh, noch... Wie heißt denn der... Igel hört sich viel, viel geiler an. Ja, stimmt. Hätten sie einfach die Namen lassen sollen. Mein Igel, Adler. So. Ja. Online-Games ist halt... ...die deutsche Sprache nicht so unbedingt. Welche Wörter benutzt man so im Alter? Wie, welche Worte? Äh, in Englisch. Die auf Deutsch total schwul klingen. Keine Ahnung. Bin ich grad zu... Will grad nicht nachdenken. So, jetzt gehen wir erst in die eine Stadt. Und, äh, geben da die Quest fürs, äh, für den Boss ab. Und dann geh ich in die nächste Stadt. Philipp wird sogar noch auf der Karte angezeigt, ey. Boah, das gibt richtig viel, ähm... Experienz. DP, ja. Ey, ich hab doch... Ich hab doch abgegeben. Ach, leck mich doch. Start zum Rucksack. So, jetzt zeig ich auch einmal das Auseinandernehmen. Weil man kann zum Beispiel, ähm... Health Potions auseinandernehmen oder, ähm... Equipment Teile und bekommt dann halt Sachen, woraus sie entstanden sind. Ja, ähm... Kann ich sonst noch auseinandernehmen? Scheint nicht so, ne? Ja, da... Jetzt muss ich alles nochmal neu... Wenn man das nicht machen kann, während man reitet. Ach so. Mhm. Irgendwas hab ich jetzt wahrscheinlich vergessen. Aber egal. Start. Vielleicht kriegen wir ja... Man kann auf dem Weg, auf dem Weg auch, äh, relativ viele, ähm, Rezepte bekommen. Also, vor allem das Rezept für das Item, was man zerlegt hat. Aber das kommt halt nicht immer raus. Das dauert jetzt kurz, ne Minute. In der Zeit will ich mal kurz, äh... Mich entleeren. Okay, solange spricht der Teilunterhalter. Was kann ich euch so schönes anbieten? Ja, da fällt mir natürlich spontan sehr viel ein, sehr viel ein. Okay, eigentlich nicht. Da hab ich auch nichts zu sagen. Ich werd mich jetzt gleich auch, äh, auch hinsch... Morgen dann mein... Oh, er ist immer noch nicht fertig. Bitte. Okay. Ah, ich hab versucht, allein zu unterhalten. So funktioniert. Ähm. Talk, talk. Ja, genau. Äh. Wollt mich jetzt dann jetzt auch demnächst mal auf. Was wolltest du dich auch demnächst mal? Auf die Reise machen. Ins Land der Träume. Ja, dann lass uns noch eben zur, äh, nächsten Stadt gehen. Und dann, äh, beenden wir die Aufnahme. Jo. Ist auch gut. Da, wir wollen ja der Füll nicht ab, vollkommen abhängen. Ja, dann, höre ich jetzt hier mit ab. Und dann lass uns noch schnell in die nächste Stadt. Und dann... Hier war ja nichts mehr, oder? Nein. Wohl die Teile rumrennen. Wenn man auf diesen Speedbutton drückt. Ja. Watsche, watsche, watsche. Ich find's aber echt gut, dass sie hier eingefügt haben, dass man sich eigentlich direkt früh so ein Mount holen kann. Ja, weil das nervt mich bei vielen Spielen auch. Vor allem, wenn du dann irgendwie ab Level 20 oder so ein Mount haben kannst, aber die Kohle erst mit Level 40 zusammenkriegst. Ja, die Sache ist ja nicht mal... Vor allem, die Sachen sind ja mal... Mounts sind nicht spielentscheidend, sondern sind einfach nur nervig, sie nicht zu haben. Ja. Bei den Laufwege teilweise... Überleg ich mal, wir müssen den ganzen Weg jetzt immer nur laufen. Ja, das hast du ja bei vielen Spielen. War ja, wie anfänglich auch. Ja, boah. Oder jetzt hier das, was wir letztens gespielt haben. Neverwinter. Da war es halt auch teilweise echt nervig, obwohl die Laufwege da nicht so lang waren, muss ich sagen. Ja, aber wir haben ja damals... Ja. Level 40? Konntest du erst an den ersten... Ja. 40? Ja. 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 Da muss ich aber scheinbar ziemlich Glück haben, ne? Boah. Ja, wenn du überlegst, dass... Moment. Dass ihr die... Das gleiche, wie ich habt, und den Skill nicht habt. Ja. Und dann... Das ist dann gerade der Heals-Better. Schweine! Oh Gott. OP, Schweine. Hier ist ein Kress, die man annehmen kann. Ja, hier müssen wir die auch abgeben, oder? Sehr fly. Ah, not enough backspace, deswegen. Obwohl vier Stück davon. Hm. Ja, komm. Ja, doch, hauen wir... Ne, hauen wir dich weg. Nehmen wir das auch an. Das war's dann hier mit den Quests. Okay. Ähm. Dann verabschieden wir uns fürs Erste. Ja. Und es wird trotzdem morgen weitergehen. Ciao. Tschö.